Bankiwahun. Autor de Selçamkenzi. Die Filmbilder hat der Autor Selçamkenzi in Bangladesch gedreht. Das Bankiwahun, Gallus Gallus, lebt heute noch wild in Indien, den Philippinen, Thailand, Birma, Indonesien und weiteren Gebieten Südostasiens. Es legt im Jahr etwa 20 Eier. Das Haushun, G.G. Domesticus, ist höchstwahrscheinlich durch Domestikation aus dem Birma Bankiwahun, G.G. Gallus, entstanden. Diese Wildhuhnart lebt in Ostasien und wurde schon vor über 4000 Jahren in Indien domestiziert. Im Laufe der Zeit wurden diese Vögel so zu Haustieren. Durch Züchtung sind viele Rassen entstanden. Bankiwahun, Gallus Gallus. Burma Bankiwahun, G.G. Gallus. Java Bankiwahun, G.G. Bankiwa. Tonkin Bankiwahun, G.G. Jaburulei. Indisches Bankiwahun, G.G. Burki. Bankiwahun Tiere Enimels Natur Selmkenzi Selçamkenzi. Bankiwahun, G.G. Bankiwahun, G.B. 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 Bank Vielen Dank.